Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen TechnikVT-Video. Es war Zeit für mein Testfazit zum Huawei Mate 10. Kein Pro, kein Lite, nein, das hier ist das normale Mate 10, welches es bei uns überhaupt nicht zu kaufen gibt. Ich hatte mir das Gerät im November aus England besorgt, damals für den Preis von, ich glaube, 500 bis 550 Euro. Das waren Pi mal Daumen 200 bis 250 Euro günstiger als der damalige Preis vom Mate 10 Pro, welches es ja bei uns zu kaufen gibt. Inzwischen ist da überhaupt gar kein Preisunterschied mehr, würde ich mal prima saum sagen, weil das Pro bei uns dermaßen krass im Preis gefallen ist, jetzt abgesehen von irgendwelchen Angeboten. Hier soll es aber um das normale Mate 10 gehen. Wir gehen gleich in die Nahaufnahme, dann gehen wir die einzelnen Punkte durch. Was hat das Gerät schon ein paar Schrammen bekommen? Ja, hier oben. Aber wie hat sich das, fühlt es sich im Alltag an? Es ist noch eins, ich will nicht sagen, eins der letzten 16 zu 9 Geräte, aber es fällt auf, wenn man dieses Gerät dann hat, mit den ganzen anderen High-End Geräten, die inzwischen alle auf 18 zu 9, 18,5 zu 9, 19 zu 9, 19,5 zu 9 gewechselt ist. Da kommt so ein 16 zu 9, 5,9 Zoll Gerät richtig breit daher. Das muss man mögen, sage ich aber auch direkt. Mein Post-it zur Akkulaufzeit ist auch schon geschrieben. Da habe ich auch viele Fragen dazu bekommen. Natürlich, was kann ich damit alles machen? Wie gut sind die Fotos und Videos und Kameras und Lautsprecher? Und, und, und gehen wir in der Nahaufnahme durch. Ich sage aber direkt vorweg, es ist ein sehr gutes Smartphone. Das kann ich nicht anders sagen. Natürlich gibt es genügend Unterschiede zum Pro. Vielleicht sollte ich da noch ein extra Vergleichsvideo machen. Aber ich sage mal, die typischen drei Sachen, die dann immer auffallen. Hier ist es kein OLED-Display verbaut. Ja, das merkt man. Es ist nicht wasserdicht, sondern nur IP53 zertifiziert. Dafür hat es aber zwei Features, die Leute beim Pro schmerzlich vermissen. Zumindest einige. Es hat nach wie vor einen Kopfhöreranschluss. Und ich kann nach wie vor eine Micro-SD-Karte hier reinpacken, wenn ich das möchte. So, und ich muss sagen, unterm Strich, ich finde es sehr schade, dass Huawei das Gerät nicht bei uns offiziell auch in Deutschland verkauft. Ich glaube, es wäre für viele Huawei-Fans eine Alternative zum Pro-Gerät gewesen. So, jetzt gehen wir aber in die Nahaufnahme. Und da zeige ich euch jetzt als erstes, was ich meine, weil ich sage, das Gerät fühlt sich breit an. Ich weiß nicht wieso. 5,9 Zoll, 16 zu 9 Format, Displayauflösung von 2560 mal, ich glaube 1440. Aber ganz klar, auch wenn es schwierig ist, es ist ein Gerät, wo ich persönlich sage, nehmt das Teil vorm Kauf wirklich irgendwo mal in die Hand, weil es ist breit. Auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Im Vergleich zum normalen Mate 10 Pro, was heißt normalen Mate 10? Das ist ja das normale, das ist das Pro. Da seht ihr unten schon, wie viel dünner das Gerät doch ist. Oder ich will nicht sagen dünner, aber schlanker. Das wirkt jetzt hier auf dem Video, wenn man das mal kurz so aneinander legt, nicht wirklich viel. Da sollte man sagen, vielleicht ein halber Zentimeter maximal. Aber dieser halbe Zentimeter hat es wirklich in sich. Und wenn ich jetzt das Mate 9 aus dem letzten Jahr hervorkram, wo ich persönlich auch immer gesagt habe, das ist auch ein dickes Teil. Also das ist so, da merkt man einfach, hier hat man seinen 4000 mAh Akku. Da merkt man allein, wenn man das Gerät in der Hand hat, dass es halt ein dicker Akkubolide ist, sage ich jetzt einfach mal so. Beim Pro habe ich mich ja die ganze Zeit immer gewundert, wie krass bauen die da. Also dass da auch ein 4000 mAh Akku verbaut ist, war für mich designtechnisch ein riesiger Schritt. Hier muss ich sagen, es fühlt sich deutlich dünner an als der Mate 9 Vorgänger, aber auch nochmal deutlich breiter. So und in dieser Breite kann ich es auch glauben, dass die da halt einen breit geklopften 4000 mAh Akku verbaut haben. So, deswegen nehmt es in die Pfoten. Was mich aber wieder sehr freut ist, wir haben wieder die Möglichkeit, eine Einhandbedienung. Also auch wenn es breit ist, ich komme problemlos mit meinem Daumen und da wäre noch jede Menge Spielraum für mich, um in irgendwelchen Apps, oben in die Apps ranzukommen. Wenn ich da, was weiß ich, ich bin jetzt hier auf der Seite und da komme ich jetzt, so würde ich da in den normalen Twitter-Feed zum Beispiel nicht reinkommen. Einmal rüberwischen und zack, komme ich da auch drin. So, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Das gibt Gummipunkte, aber wir waren ja beim Gerät von draußen. Also An- und Aus-Taste, Leiser-Taste kriege ich auch lauter, nicht wirklich im normalen Alltagseinsatz. Und wenn ich Linkshänder bin, muss ich mich schon anstrengen, es leiser zu machen. So viel zum Thema zur normalen Bedienung. Aber ich sage, durch diese integrierte Einhandbedienung kann ich es auch mit einer Hand problemlos bedienen. Da keine Angst davor haben. Was ein bisschen sehr schade ist. Ich springe jetzt wieder ein bisschen durch die Gegend. Wir haben den Fingerabdrucksensor beim normalen Mate 10 auf der Vorderseite. Und ich erinnere mich noch, als Huawei die P10s vorgestellt hat. Ja, ab 5,5 Zoll ist die Grenze. Bis dahin verbauen wir jetzt den Fingerabdrucksensor auf die Vorderseite. Alle Geräte, die größer sein werden, bekommen den Fingerabdrucksensor auf die Rückseite. Und dann kommt die ein halbes Jahr später mit dem Mate 10 um die Ecke. Und wo ist der Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite? Petting! So, ich kann wieder hingehen und den Fingerabdrucksensor auch als die Android-Menü-Tasten über den Fingerabdrucksensor steuern. Bedeutet, lange drücken zum Home, einmal kurz tippen für zurück und eine Streichgeste für zum App wechseln. Dann verliere ich aber die Einhandbedienung. Deswegen ist das bei mir nicht aktiviert. So, normalerweise würde ich das sehr gerne nutzen. Kann ich aber leider nicht, weil dann diese Möglichkeit fehlt. Für den Fall, wenn sich jetzt jemand fragt, warum sind da unten noch die Tasten zu sehen. Ja, man kann sie ausblenden, aber dann ist halt Essig mit der Einhandbedienung. So, ums Gerät rum, Kopfhöreranschluss, noch keine Abschürfung zu erkennen. USB-Type-C-Port, auch keine Abschürfung zu erkennen. Auch Kratzer auf dem Gerät, nix. Ich habe das Gerät jetzt nicht geputzt. Das ist ja diese klassische Trendfarbe vom letzten Mal, dieses Mocha Brown, wo ich sagen muss, schwarz und ich glaube, blau sehen dann noch nochmal ein bisschen besser aus. Mocha Brown hat aber den Vorteil. Man sieht die Fingerabdrücke am aller, allerwenigsten. Und hier seht es, wie verschmiert es ist. Das seht ihr jetzt aber auch gerade nur so schön, weil ich es in die Reflektion von der Scheibe halte. Im normalen Einsatz fällt das so hier, also so. Und so ist das genau dieser Winkel, wie man auf dieses Gerät in der Regel drauf guckt. So 98% der Fälle sieht es normal okay aus. Also da muss man sich bei der Farbe wegen Fingerabdrücken keine Sorgen machen. Habe ich schon irgendwelche Kratzer auf der Rückseite? Nein. Habe ich schon irgendwelche Kratzer auf der Vorderseite? Nein. Wobei ich da auch lange die aufgebrachte Displayschutzfolie benutzt habe. Ohne die wird das Display nochmal so ein Ticken heller. Aber auch da weder die Folie war vergrüngelt, noch das Display hat an sich so Kratzer bekommen. Jedoch habe ich hier oben, und ich habe das Gerät nicht fallen lassen, hier oben schon erste Abschürfungen. Also ich denke mal, gut, das Gerät ist jetzt seit vier Monaten immer eher unregelmäßig im Einsatz gewesen. Der hat den Vorteil, wir können jetzt mal unter die Kratzer gucken, da kommt so ein Silber zum Vorschein. Also falls mal einer auf die Idee kommt, hier das ganze Gold oder so abzumachen oder so, dann sieht das Gerät silbrig aus. Aber ansonsten hat es sich wirklich gut geschlagen. Und da habe ich keine Angst davor. Auch der SIM-Kart-Slot, ich glaube, das Gerät war ja wirklich auf etlichen Trips dabei. So auf die SIM-Karte schon gewechselt und mit der Speicherkarte rumgespielt und, und, und. Da habe ich auch keine Bedenken, dass da irgendwas passieren könnte. So, langer Bericht zum Gerät vom Außen, aber ich meine, es ist ja auch schon lange im Einsatz. Das Display. IPS-Display, habe ich alles erzählt. Also es ist ein tolles IPS-Display. Die Farben sind okay, die Blickwinkel sind okay, die Helligkeit ist okay. Wobei man auch hier aufpassen muss und entschuldigt, wenn ich hier mal zwischendurch mal kurz unterbrechen muss. Ich bin immer, habe es immer noch im Hals. Verdammt. Wenn ich mit der Display-Helligkeit, ich kann den Auto-Modus ausschalten und volle Display-Helligkeit machen. Wenn ich aber im Automatik-Modus bin und die Umgebungslicht-Sensoren draußen nochmal mehr Helligkeit registrieren, dann hat der auch wieder so einen Burst-Modus drin. Der holt nochmal einen Ticken mehr raus, sagen wir mal so. Und ich hatte damit im normalen Alltagsansatz auch draußen, auch unterwegs in der freien Bildbahn, in Sonne oder so, keine Probleme. Trotzdem ist es auch hier wieder so, wo ich mir denke, das Gerät im Urlaub am Strand, das Pro war ja damals mit im Urlaub. Ich weiß nicht, ob ich das hiermit machen wollen würde. So, habe ich mir irgendwas Negatives aufgefallen im Vergleich zu einem OLED-Display vom Pro? Sage ich jetzt einfach mal. Nö, absolut nicht. Da muss man sich auch keine Gedanken machen. Zum erhöhten Akkuverbrauch kommen wir gleich. Aber das Display ist supi. Noch eine Sache ist, im Auslieferungszustand ist das Display nicht auf maximale Auflösung gestellt. Das normale reicht aber auch aus. Und wenn man dann die maximale Auflösung einstellt, ich glaube, dann kriegt man hier auf über 500 ppi. Und normal, glaube ich, 400 oder so. Also es ist trotzdem super duper gestochen scharf, reicht für alles Mögliche aus. Und wenn ich dann bei den Werten, ich meine, wenn ich auf Webseiten bin und da lese und lese oder wenn ich E-Books mache oder Comics oder was auch immer, das sieht alles hervorragend drauf aus. Jetzt habe ich gerade Comics gesagt. Also auch mal kurz Comics zeigen. Wieder mein Lieblingsding, Guided View und dann hochkannt und dann einfach durchgehen. Und das sieht von den Farben, von den Blickwinkeln. Da habe ich null Probleme, hier auch wieder stundenlang Comics draufzulesen, mir was anzugucken und, und, und. Vom Display, absolut ein nettes Display. So, vom Display machen wir noch was auf die Öhrchen. Wir haben hier wieder unten den Lautsprecher an der Seite. Der wieder in Verbindung. Was weiß ich, hier unten kommen 90% vom Ton raus. Hier oben kommen nochmal 10% vom Ton raus und dann klingt das Ganze. So, Nummer 1, die werden laut genug. Die werden nicht super duper laut. Küchenfete oder sowas, nein. Es reicht so gerade aus, wenn ich morgens unter der Dusche bin, Nachrichten damit zu hören, wenn das Gerät ein paar Meter, also anderthalb Meter entfernt liegt. Das geht so gerade, aber die Lautsprecher werden nicht besonders laut. Haben aber auch den Vorteil, sie fangen ziemlich spät erst an zu zerren, so 80%. Aber es reicht, wenn ich damit Netflix gucke, YouTube-Videos gucke, damit spiele. Kommt vernünftig rüber. Erst ab so 85% habe ich hier so ein leichtes Vibrieren vom Haupt-Lautsprecher, aber das störte mich auch nicht. Also auch da muss ich sagen, so dieses Audio-Haptische geht total in Ordnung. Ich habe hier kein Rauschen in den Lautsprechern. Bedeutet, da nebenher Radio zu hören oder nachts auf dem Nachttisch das Ding zu haben, dann ein Hörspiel zu hören oder sowas. Gar kein Problem. Das funktioniert auch problemlos. Ich würde mir, wenn ich mir was wünschen würde, nur noch ein bisschen, nochmal Maximallautsperrke, nochmal ein bisschen mehr wünschen. So, aber ansonsten bin ich damit total von angetan. Also das geht in Ordnung. Von den Lautsprechern kommen wir jetzt einfach zu den Kameras. Auf der Rückseite wieder die Kooperation mit Leica. Und genauso wie wir es schon vom Probe kennen, einmal eine 12 Megapixel Farblinse oder Farbsensor verbaut mit einer 1,6er Blende. Und dann wieder der 20 Megapixel monochrome Sensor. So, und das Ding macht gute Fotos. So, vielleicht macht es auch sehr gute Fotos. Ich habe hier mit null Probleme das Ding als komplette Urlaubsknipse zu empfehlen. Und ich habe sie auch als Urlaubsknipse benutzt. Und selbst wenn ich diesen Pro-Modus nicht machen will und selbst wenn ich da nicht im Portrait-Modus gehen will oder sowas, ich habe diese ganzen Möglichkeiten damit noch rumzuspielen. Und dieser asiatische Beauty-Modus verfolgt mich hier auch überall. Aber ich sage einfach mal so, das Ding ist aus. Ich starte die Kamera, drücke irgendwann drauf, löse aus und ich kriege in der Regel von 9 von 10 problemlos brauchbare Foto. Dieses alte Problem, was ich beim Mate 9 noch beschwert habe, dass es halt keine idiotensichere Kamera ist. Keine, ich hole es aus der Tasche raus und dann mache ich ein Foto oder ich muss mir mehr Mühe geben. Hier ist es wie bei der P10-Serie auch, endlich ist die Kamera idiotensicher. So, und das ist schön. Ich kriege wirklich brauchbare Fotos. Natürlich bei Helligkeit kein Ding, aber auch bei wenig Licht merkt man, diese 1,6er Blende kann schon einiges rausreißen. Wobei, je weniger Licht, desto mehr Mühe muss ich mir geben, um da vernünftige Fotos rauszuholen. Selfie-Kamera geht, sage ich jetzt auch immer, standardmäßig total in Ordnung. So, und bei den Videos ist es immer wieder so, ich würde mir ein bisschen mehr Bildstabilisation wünschen. Videoqualität, gerade wenn ich in 4K filme, das kann man sich angucken, wobei die Audioaufnahmequalität noch deutlich besser sein könnte. Und bei den Videokameraqualität hinkt es noch hinterher. Ich käme nicht in Versuchung mit dem Mate 10 solche Videos zu machen. Oder, also natürlich, für einen Instagram-Story-Post, für WhatsApp, für Facebook oder sowas, reicht sowas aus. So, und auch für einen kurzen Urlaubsklip oder auch mit Zeitlupe. Ich kann hier Zeitlupen-Funktionen wieder, also, ne, wenn der mir sowas machen möchte. Natürlich, das reicht aus. Das ist für 90% dicke ausreichend. Nur diese letzten 10%, dass ich in Versuchung käme, damit vielleicht auch diese Videos zu machen, nö, würde ich nach wie vor bei Huawei nicht empfehlen. So, damit haben wir das auch durch. Also, ansonsten ist wieder so dieses, wo ich mir denke, wenn ich hier Full-HD-Videos filme, es ist nicht mehr wie früher, dass ich sage, ich filme in Full-HD und es sieht in 720p aus. Oder ich filme in 4K und es sieht wie Full-HD aus. Ne, aber es sieht halt immer noch nach wie vor so aus, als ob es nur 80% der möglichen Auflösung erreicht, sage ich jetzt einfach mal von der Bildqualität. Und mit der Tonqualität, das ist noch nicht wunderbar das Gelbe vom Ei. Da sind sie, ich sage mal so, wenn sie auf Fotoqualität bei 100% sind, so wie es jetzt bei den Fotos ist, dann ist das bei den Videos nur 70-80%. Da müssen sie echt noch ein bisschen Gas geben. Vor der Akkulaufzeit, die ich immer noch nicht raushole, machen wir noch was zur Performance. Da habe ich nichts, also wirklich nichts auszusetzen. Ich habe ja hier diesen Kirin 970er verbaut und nur, in Anführungszeichen, weil das Pro hat 6 GB RAM, das hat 4 GB RAM. Merke ich da irgendwie, habe ich irgendwie das Gefühl, von den 4 GB RAM komme ich irgendwo in Probleme oder irgend sowas. Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Auch meine Apps bleiben nach wie vor, ich sage mal, in Wiedervorlage. Auch mit mehreren Tabs habe ich hier null Probleme. Auch wenn ich jetzt hier mal wieder zum Spiel gucke, genau das. Das hat er eben nochmal neu geladen, damit ich immer dieses erste Level immer nochmal zeigen kann. Weil ich das immer in den ganzen Videos mache. Dann schmeiße ich die App in der Regel einmal runter und installiere es einfach nochmal fix neu. Auch bei Spielen, auch von der Performance, wie es aussieht. Die Kiste rennt. So, da habe ich auch kein Problem oder auch keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das in, ich sage mal, ein, zwei Jahren irgendwie noch groß irgendwie anders aussehen könnte. Dass wir da irgendwelche Probleme haben. Und wer sich jetzt hier wieder über dieses schöne Vollscreen-Display freut, das ist auch wieder was. 16 zu 9 sieht bei vielen Apps einfach noch am schönsten aus. So, auf jeden Fall, das haut hin von der Performance. Egal, ob Spiele, ob Alltag oder was auch immer. Null Probleme. Und wenn ich von da dann wieder zurück in meinen Text hoppel und wieder egal was. Also, die Kiste rennt einfach. Also, da muss man sich keine Gedanken machen. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Ich habe es ja gesagt, 4000 mAh Akku. Und, Trommelwirbel. Eine Stunde Netflix auf Autohelligkeit verbraucht 12%. Ist jetzt, wenn man hört, 4000 mAh, wird man vielleicht sagen, oh, vielleicht hätte ich mir ein bisschen weniger Akkuverbrauch vorgestellt. Ja, stimme ich euch zu. Aber nicht vergessen, 5,9 Zoll Gerät im 16 zu 9, das ist schon, und IPS, das ist schon eine Menge Display, was der Akku hier befeuern muss. Deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass eine Stunde Netflix bei 100% Displayhelligkeit 16% Punkte verbraucht. Das liegt einfach wirklich an diesem riesen Display, was mit Strom versorgt werden muss. Eine Stunde normale Nutzung sind dann nur 11%. Und wenn ich dann, also normale Nutzung ist halt dieses Normale. Ich surfe im Internet rum. Ich lese meine E-Mails. Ich wische rüber zu den sozialen Netzwerken. Ich gucke kurz ein Video bei YouTube. Ich spiele vielleicht mal kurz was. Also, einfach mal dieser normale Mix. 11% Punkte und eine Stunde E-Bags. Äh, E-Book, E-Bags. Eine Mischung aus E-Books und Comics ist E-Bags. Wobei es gibt keinen Sinn, aber ist egal. E-Books und Comics sind 10% Punkte. So, und da komme ich, egal was ich mache, sage ich immer wirklich durch den Tag, problemlos. Wenn ich nebenher noch einen Hotspot laufen lasse, auch das ist kein Problem. Wobei ich da sagen muss, länger als 3-5 Stunden Hotspot würde ich dann auch nicht nutzen. Also, auch als Hardcore-Nutzer nicht nutzen. Sonst hat man am Ende des Tages dann doch Probleme. Ich sage immer mal so, als Normalnutzer schaue ich problemlos mit dem Gerät von, ich sage mal morgens, wenn ich es um 7 Uhr vom Strom nehme, am Montag, dass ich es dann, was weiß ich, am Dienstag um 8 oder so oder um 22 Uhr am Dienstag wieder in den Strom hängen muss, bei normaler Nutzung. Aber, es ist eindeutig so, es ist nicht der Akku-Superstar, wie man sich es vielleicht wünscht, also vorstellen könnte, wenn man hört, 4000 mAh Akku. Ich weiß, das sage ich jetzt hier zum dritten Mal, nur ich möchte, dass das klar ist, weil das Riesendisplay auch viel Strom verbraucht. So, dann wieder voll machen, 10% auf 100%. Huawei nennt hier seine Schnellladetechnologie Supercharge, Pi mal Daumen, zwei Stunden, also absolut normal. Was auch absolut normal ist, und das habe ich eben beim Audio nicht gesagt, wie ist das beim Telefonieren? Sorry, ganz normaler Standard. Also, ist keiner verunterhörten Unterschied, ob ich mit einem Mate 10 telefoniere, mit einem Mate 10 Pro oder mit einem iPhone telefoniere. Da ist kein Unterschied da. Auch genau das Gleiche mit dem Kopfhöreranschluss. Absoluter Standard. Also, wenn ich hier mit meinen Kopfhörern rumlaufe, null Problemo. Also, auch wenn ich Bluetooth habe, ich merke da keinen Unterschied. Auch genau wie das Empfang oder sowas. Finde ich hier, dass ich früher LTE habe oder weniger oder stabil oder mehr Balken, weniger Balken oder mehr WLAN oder weniger WLAN? Nein. Absolut, da ist mir nichts aufgefallen. Also, mein normales Nutzungsszenario, wodurch die Geräte alle immer durch müssen, wo es mir dann halt auffällt, wenn man ein Gerät früher WLAN hat oder weniger WLAN hat oder an einem Ort kein LTE hat, wo ein anderes LTE hat oder sowas. Nö, nö, nö. Alles im total normalen Bereich. Was auch im normalen Bereich ist, der Fingerabdrucksensor. Und das meine ich jetzt äußerst positiv, wenn ich vom normalen Bereich rede. Denn da meine ich den normalen Bereich von Huawei oder Huawei. Weil, der ist rucki zucki. Ich muss hier nur mal ganz kurz drauf tippen und das Gerät entsperrt. Und das ist, das funktioniert einfach. Das Gerät liegt irgendwo oder ich habe es in der Hosentasche. Ich komme, drücke nur mal, ich wische nur mal ganz kurz drüber. Ich muss nur ganz kurz berühren und es reagiert und es funktioniert. Und wenn ich das Ganze mit einem Finger mache, der nicht eingescannt ist, dann reagiert das Ganze halt nicht. Also, wer sich jetzt denkt, ach, der reagiert nur auf Berührung. Nein, der scannt tatsächlich noch irgendwas da. Das funktioniert. Fingerabdrucksensor auf der Vorderseite finde ich persönlich ja ganz nett oder mag ich auch. Wobei ich gerade bei Huawei immer denke, Moment, sollte der nicht auf der Rückseite sein. Ich persönlich bin auch kein Freund von diesen langgezogenen Ovalen. Ich mag die Runden lieber. Ich muss aber sagen, ich habe hier null Nachteil. Wenn ich vielleicht was sagen müsste, dann vielleicht, dass ich in einem von 100 Fällen im direkten Vergleich mit dem Runden auf der Rückseite, ist der vielleicht ein Ticken ungenauer oder unterlegener oder sowas. Aber ansonsten ist es einfach nur eine Geschmackssache oder eine Einbildungssache. Der Ding funktioniert genauso gut wie alle anderen von Huawei, die ich sonst auf der Rückseite habe. Also da keine Angst haben. Das dazu. Jetzt bin ich eigentlich durch. Ach so, was habe ich am Anfang noch gesagt? Das war nämlich noch ein Punkt. Das Ding hat nämlich nur IP53-Zertifizierung. Ist natürlich ein bisschen murksig, aber ist meinstens ein Smartphone. Selbst wenn ich weiß, die Dinger sind IP67-68-Zertifiziert, da komme ich eh nicht auf die Versuchung, in die Versuchung damit tauchen zu gehen oder unter Wasser zu halten. Es wäre aber schön gewesen, gerade, dass das normal, wenn das das Ding auch das bekommen hat. Meine Vermutung ist halt einfach, weil wenn man sich die Unterschiede anguckt, dass das Ding kein IP67 bekommen hat oder 6.8 sogar wie das Pro, dass Huawei den Kopfhöreranschluss nicht vernünftig abdichten kann, wie bei Samsung. Ich denke mal, das wird der Unterschied sein. Also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster legen und sagen, hey, super, dann könnte ja das bis hier ins Wasser tauchen und oben dann nicht. Nein, 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 nein. Das ist jetzt gerade nur meine Spekulation, woher das kommen könnte. Vielleicht ist es auch die Bauform, weil sie ja doch was komplett anderes gebastelt haben hier, dass sie da was mit den Dichtungen anders machen. Aber dass sie jetzt irgendwie mit dem Lautsprecher da was anders machen oder mit dem USB-Type-C-Anschluss, nö, USB-Type-C ist drin verbaut. Infrarot haben wir auch. Darüber freue ich mich auch total. Läuft halt einfach. So, damit bin ich jetzt einmal komplett durch. So, und jetzt sind wir bei folgendem Problem, dass ich mir so viel Zeit damit gelassen habe, was nicht schlecht ist. Denn ich kann dieses Gerät problemlos empfehlen, wenn euer Fokus nicht auf Videos liegt und ihr wollt ein großes Gerät, ihr wollt ein breites Gerät, ihr wollt ein Gerät mit viel großem Display, weil ich meine, wenn man das mal ausrechnet, ist das wahrscheinlich mit das Gerät, was von den High-End-Geräten da draußen das größte Display haben sollte. Wobei das jetzt gerade auch nur einfach mein Raum gesagt ist, aber wenn ich mir überlege, 16 zu 9 hat mehr Fläche als 18 zu 9. So, aber das ist in ein Zeitung super Gerät. Jetzt haben wir aber das Problem, der Preis, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Weil, während das normale Mate 10, ich glaube die ganze Zeit von Start im Ausland halt für 500 bis, sagen wir mal 550 Euro erhältlich war, war vorher der Preisunterschied immer Pi mal Daumen 200, 250, vielleicht sogar 300 Euro zum Pro im Vergleich. So, und dann haben ja Leute gesagt, Moment, ich habe den gleichen Prozessor, gut, ich habe hier 2 GB mehr RAM, ich habe die andere Bauform, dafür hat die, und ich habe das Wasserdichtigkeits-Dings, dafür hat das Ding halt das größere Display, kein OLED dafür, dafür habe ich dann wieder Kopfhöreranschluss und die Möglichkeit Micro-SD-Karten reinzutun. Oh, wohlgemerkt, Kombi. Ihr habt hier die Möglichkeit, 2 Karten reinzutun, nicht 3, also 2. Entweder Dual-SIM oder Single-SIM und die zweite SIM, die Micro-SD-Karte. Das bitte noch im Hinterkopf haben. So, aber das war halt der Unterschied. Und dann haben sich die Leute gedacht, Moment, hier habe ich vielleicht mehr Features und muss wieder auf ein paar andere Sachen verzichten, dann sucht man sich aber seine Prioritäten raus. Aber dann guckt man und sieht dann auf einmal, Moment, die Kiste kostet 250 Euro. Warum? Und vor allem, warum Huawei bringt ihr das? Habt ihr das bei uns nicht rausgebracht? So, das war der Zerstand vor, ich sage einfach mal, 3, 4 Monaten. Jetzt ist es aber so, ich fange jetzt hier nicht mit der letzten, ich glaube, wer war das? Mediamarkt, die das Ding für 400 rausgehauen haben sogar. Das war gut, das war eine Eintagsfliege. Das sind ja Aktionsangebote, das ist ja nicht der reguläre Preis. Wenn wir uns jetzt aber den regulären Preis angucken, dann ist es inzwischen eigentlich so, dass zwischen den Geräten kein Preisunterschied mehr da ist. So, und dann kann sich jetzt jeder wieder überlegen, was er denn da lieber hätte. Und vor allem nach wie vor das Problem, man kommt nicht, also man kommt in Deutschland normal, ist es ja nicht erhältlich, sondern dann übers Ausland. Und dann ist halt auch die Frage, was ist im Garantiefall? Kann ich das in Huawei Deutschland einschicken? Oder muss ich das dann halt bei Huawei, ich sage mal England oder sowas machen? So, das ist natürlich auch ein Punkt, was mir persönlich dann auch nicht immer gut gefällt, wenn man solche Sachen hat. So, aber ich muss sagen, auch immer noch für einen Preis von 550 und auch mit der Pro-Konkurrenz daneben, ich persönlich bin nach wie vor auch vom normalen Mate 10 äußerst angetan. So, aber wie gesagt, der Unterschied, der Preisunterschied zum Pro ist nicht mehr da. Und wenn man sich andere Geräte anguckt, ich habe jetzt die S9er Preise noch nicht im Kopf, ob die jetzt schon gefallen sind. Natürlich, Samsung hat seine neue Generation vorgestellt, wobei das auch noch mal was anderes ist als so. Es ist, das ist es jetzt wieder, wenn ich da im Vergleich, ich sehe es gerade hinten liegen, komme aber jetzt nicht dran, wenn ich das jetzt mal mit den S9er vergleiche von Samsung oder von mir aus auch mit dem Mate 10 Pro. Das sind die langgezogenen Schinken. Bei Samsung ist es halt noch die abgerundeten Dinger. Und das hier habe ich von der Bauform und vom täglichen Gefühl in der Hand absolut nicht. Das hier ist einmal Scholle. Das ist breit geklopft. Das ist das, wo ich sage, mein Hauptding bei diesem Gerät, guckt, ob das in eure Pfote passt. A ist es auch nach wie vor ein langes Gerät oder auch ein großes Gerät, aber es ist auch ein breites Gerät. Und das ist was, das hat man, also ich hatte, glaube ich, seit Ewigkeiten vom Gefühl in der Hand nicht mehr so ein breites Gerät. Und das ist das, was ich euch auf den Weg geben will. Es ist ein tolles Gerät. Es ist ein super Smartphone. Wenn der Fokus nicht auf Videos sein soll, sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn ihr mit der Finger, ihr habt die ganzen Punkte jetzt runtergerattert und ihr könnt alles besprochen, aber nehmt es bitte mit. Jutes Gerät, aber breit. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.